Viparita Namaskar Ekapada Nirakunjasana ist eine Rückbeuge, die gute Körperbeherrschung erfordert. Von der Bauchlage ausgehend, gib die Handflächen zusammen, gib die Handkanten an die Wirbelsäule, Fingerspitzen Richtung Kopf. Dann beuge die Knie und stelle den rechten Fuß auf und hebe das linke Bein nach oben hoch. So bist du in Viparita Namaskar Ekapada Nirakunjasana, eine wunderschöne Rückbeuge, die viel Körperbeherrschung erfordert.